Digitale Angebotserstellung, Bestellprozesse sowie Lieferung und Logistik mit der EGP-Lösung von Garant. Die digitale Lösungskette für elektronische Geschäftsprozesse im Türengeschäft. Das ist Herr Holzspahn und das ist seine Tochter Maria. Die beiden können ihr Glück kaum fassen, denn nach einer erfolgreichen Werbeaktion für ihren neuen Online-Shop stapeln sich die Aufträge von Schreinern und Endkunden bis unter die Decke. Wie aber sollen sie diese ganzen Anfragen bewältigen? Hier geht es neben Standardtüren auch um Maßanfertigungen, denn bei jedem Auftrag sind besondere Wünsche und Sonderanfertigungen zu berücksichtigen. Aber auch hier hat Maria eine Lösung parat, denn sie weiß, dass im PIM-System von Garant nicht nur Artikeldaten für das Marketing und den Online-Shop bereitstehen, sondern ebenfalls wichtige Produktdaten für die Warenwirtschaft des Unternehmens. So stehen alle Daten zentral und stets aktuell zum einfachen Download bereit. Aber was ist mit den Sondermaßen und Einzelfällen, fragt Herr Holzspahn. Die werden mittels eines komfortablen Kalkulationsprogrammes ebenfalls digital kalkuliert. So lassen sich problemlos Varianten erstellen, die dann über eine XML-Schnittstelle ebenfalls an die Warenwirtschaftssoftware übertragen werden können. Herr Holzspahn staunt nicht schlecht. Das alles steht bereits jetzt zur Verfügung? Ja, erklärt Maria, dank der digitalen EGP-Lösung von Garant. Im Kalkulationsprogramm werden alle Produkte aus Herrn Holzspahns Sortiment abgebildet und auch seine Einkaufspreise können hinterlegt werden. So kann er über den Konfigurator für Maßanfertigungen auch immer sofort seine eigenen Preise sehen. Den Konfigurator kann Herr Holzspahn aber auch an seine Kunden, wie Herrn Schreinermeister Hobel, weitergeben. Das ist Herr Hobel. Herr Hobel wiederum hat einen Kunden, der einen Altbau rundum erneuern möchte und gibt 10 Türen in Auftrag, darunter auch wieder Maßanfertigungen. Dank des Konfigurators kann Herr Hobel seinem Kunden direkt ein konkretes Angebot machen. Der Kunde sagt zu, der Auftrag geht per E-Mail als Konfigurationsdatei an Herrn Holzspahn, der diesen Auftrag wiederum selbst digital einlesen und in seine Warenwirtschaft übertragen kann. Die zuvor aus PIM in die Warenwirtschaft übertragenen Daten werden jetzt automatisiert, mit den Standardartikeln des Auftrags abgeglichen und per Artikelnummer identifiziert. Für die Artikel mit Sondermaßen werden zusätzliche Produktmerkmale aus dem Konfigurationssystem an die XML-Schnittstelle des Warenwirtschaftssystems von Herrn Holzspahn weitergegeben, sodass auch diese Artikel als elektronische Bestellung an Garant über Edifact weitergegeben werden können. Für Herrn Holzspahn und Schreinermeister Hobel entfallen somit sehr zeitaufwendige Tipparbeiten und beide haben jetzt wieder mehr Zeit für das Kerngeschäft am Kunden. Die Kundenaufträge von Herrn Holzspahn werden jetzt von Garant zusammengestellt und auf einer Palette geliefert. Da die Lieferung komplett digital erfasst, mit einer Palettenidentifikationsnummer versehen und die Lieferung elektronisch avisiert wird, kann Herr Holzspahn den Auftrag mit den 10 Türen von Herrn Hobel durch Scannen der Palettenidentifikationsnummer beim Wareneingang sowie durch Abgleich mit seiner Warenwirtschaft schnell identifizieren und die Anlieferung an Schreinermeister Hobel frühzeitig vorbereiten. Das spart erhebliche Zeit und unnötige Wege in der Lagerlogistik. Herr Holzspahn ist begeistert. Die Lieferung geht weiter an Schreinermeister Hobel und der baut die Türen pünktlich für seinen Endkunden ein. Alle Beteiligten sind zufrieden und dank der digitalen Erfassung werden alle Geschäftsprozesse vereinfacht und vereinheitlicht. Die Zeiten handschriftlicher Bestellungen und Notizen ist längst vorbei und dank der intelligenten PIM- und EGP-Lösung von Garant profitieren alle Beteiligten von einer deutlichen Zeitersparnis in der gesamten Prozesskette. So macht das Türen-Geschäft wieder Spaß, denken Herr Holzspahn, seine Tochter Maria und Schreinermeister Hobel. Herr Holzspahn ist total begeistert. Dank der digitalen PIM- und EGP-Lösungen arbeitet er als Fachhändler und Türen-Spezialist von heute auf morgen in einer digitalen Prozesskette mit seinem Lieferanten und seinem Kunden. Und das nicht nur im Marketing- und Webshop, sondern auch in seiner Warenwirtschaft und in sämtlichen Geschäftsprozessen vom Hersteller über den Fachhandel, den Schreiner bis hin zum Endkunden. Nun sprechen alle Systeme eine Sprache und dank deutlicher Zeitersparnis, optimierter Logistik und gemeinsamem Erfolg sind alle rundum zufrieden. Machen Sie es via Holzspahn, öffnen Sie die Tür in das digitale Zeitalter und informieren Sie sich über die digitalen PIM- und EGP-Lösungen von Garant unter www.garant.de. Gerne beraten wir Sie auch persönlich zum Thema PIM und EGP. Hierzu stehen Ihnen unser EDV-Zentralleiter Herr Edgar Simon sowie unser Marketing-Zentralleiter Herr Udo Roggendorf unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017